Solana mit der erwarteten Korrektur und findet Support im gestern definierten Support-Bereich. War es das jetzt mit dieser Korrektur? Und können wir uns hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier auf die Suche nach neuen Long-Trade-Möglichkeiten hier machen? Oder haben wir gegebenenfalls es sogar in den nächsten Tagen mit noch tieferen Preisen hier zu tun? All das hier in diesem Video und damit Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Solana-Spezial-Update-Video hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute Solana hinsichtlich der Elite-Venden-Theorie an, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan und wo können wir hier, wie gerade angesprochen, gegebenenfalls mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier im Chart auch wieder aktiv werden. All das hier in diesem Video ist wieder einmal vollgepackt mit Mehrwert. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins auf vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Abel zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Dann noch kurz eine letzte Ankündigung, bevor es jetzt wirklich hier reingeht ins Kursgeschehen. Ein dickes, dickes Dankeschön und herzlich willkommen an über 140 neue Abonnenten hier die letzten 24 Stunden. Komplett verrückt, was ihr abgerissen habt, auch unter dem letzten Solana-Video. Es hat 200 Likes, es hat über 3000 Klicks, unser mit Abstand Best-Performance, das Video. Und ja, sag ich mal, wir gehen schnurstracks auf die 3000 Abonnenten zu. Und die Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen es, was dann kommt. Nämlich ein All-Kön-Spezial-Update-Video in Form des 3000-Abo-Specials. Und ja, sag ich mal, wir neigen uns schon dem Ende zu. Und wenn ihr hier die 200 Likes auf dieses Video hier knackt und eure All-Kön-Wünsche in die Kommentare schreibt, dann schauen wir, dass wir dieses All-Kön-Special, natürlich sofern wir die 3000 Abonnenten hier knacken, dann eben dieses Jahr für euch noch bringen mit den All-Köns, die ihr hier unter dieses Video schreibt. Das heißt, gebt ordentlich Gas und wie gesagt, knackt an erster Stelle auch mal noch die 3000 Abonnenten sehr gerne. Es sind hier immer noch, sag ich mal, knapp zwei Drittel der Zuschauer hier noch nicht Teil des prozentualstärkst wachsenden Finanzkanals im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ja, wenn du noch nicht dabei bist, dann stell sicher, dass du das kostenlose Abo an dieser Stelle schon mal da lässt, um zu den ersten 3000 zu gehören. Da gibt es nur noch 50 Plätze, wenn man so sagen will. Und jetzt genug Eigenwerbung, gehen wir direkt rein. Solana-Preis hier 114 Dollar, dementsprechend plus minus Nullerrunde die letzten 24 Stunden. Hat sich aber im Chart einiges getan und da gehen wir jetzt drauf ein. Zunächst noch kurz übergeordnet, ganz, ganz schnell zum Abfrühstücken für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Wir gehen demnach davon aus, Solana eine Welle 1 nach oben, eine Welle 2 korrigiert. Aktuell gerade in der dritten Impulsbewegung Richtung weiterhin mindestens 622 Ursula. Das heißt, die Spotkäufe von den 19 Dollar mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe, die werden wir weiterhin halten, weil wir eben von noch stärkeren Kursanstiegen hier im Solana-Chart oder im Solana-Preis hier eben ausgehen. Das heißt, da weiterhin alles unverändert und in dieser dritten Impulsbewegung in weiß gekennzeichnet. Hier eine 1 nach oben, eine 2 nach unten und aktuell gerade in unserer dritten Impulsbewegung, wo wir eine Überextension als sehr, sehr wahrscheinlich sehen. Und dementsprechend hier das absolute Mindestziel von 321 Dollar auch hier unverändert zum letzten Video weiterhin primär hier verfolgen. Ehe wir jetzt eins tiefer gehen, noch kurz der Hinweis, sollen wir irgendwo in Trades einsteigen oder nochmal Spotkäufe eben durchgeben. Halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Signale aus, aber dazu muss gesagt sein, sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle, aber ihr seht, kommt alles Transparenz rein. Und unserer Meinung nach, diese Form der Transparenz ist auch einzigartig hier auf YouTube. Zudem seht ihr, wir traden das Ganze hier auf Bidget. Das heißt, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Kurse beim Nachtraden haben möchtest oder schlichtweg einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde ich es sich anbieten, wird einen Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss natürlich. Auch die Talk- und News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite immer Trade-Ideen rein oder kurze Zwischen-Updates, falls sich hier was Spannendes getan hat. Gut, dann gehen wir jetzt hier, wie gesagt, 1 runter und hier ist auch weiterhin alles unverändert. Der Grund, wieso wir ausgehen von der Überextension in unserer orangenen Welle 3, ist unser Subcount hier in gelb, nämlich einmal 1, 2 aktuell hier noch weiterhin in unserer 3, die wir auch hier in der Überextension, hier sehen wir bei 170 US-Dollar, da hat auch der Abverkauf bzw. den wir sogar erwartet haben, überhaupt nichts dran verändert. Wir gehen weiterhin von diesem Ziel hier aus, 170 US-Dollar hier in unserer gelben Welle 3, um danach eine Welle 4 hier eben in gelb zu bekommen. Sollten wir die aktuell bekommen, wie gesagt, wir können nicht zu 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass wir, sag ich mal, die 170 Dollar erreichen werden. Daher, sag ich mal, das alternative Szenario, sollten wir die 3 gesehen haben, unser Zielbereich hier 79 Dollar bis 59 Dollar für die Welle 4, würden sich hier Spotkäufe eben anbieten. Wenn sich da irgendwas ergeben sollte, werden wir euch das selbstverständlich auf Telegram auf den Laufenden halten. Aber wie gesagt, wir gehen primär nicht davon aus, sondern dass wir hier die 170 Dollar anlaufen, um dann nochmal in die Bereiche, sag ich mal, zwischen 170 Dollar, dann eben nochmal zu korrigieren, um dann Richtung 321 Dollar hier als Mindestziel in unserer orangenen Welle 3 dann eben zu marschieren. Jetzt nochmal eins tiefer und jetzt hier erstmal nicht erschlagen lassen. Per se auch hier weiterhin alles perfekt nach Fahrplan 1, 2, die Überextension in dieser 3, auch in dieser Phase hier perfekt gecallt, nach oben gekommen, Überextensionsbereich gehittert mit einem Makro-Level bei den 122 US-Dollar. Hier die bearische Reaktion herausgesehen im Trendwendebereich, den wir im letzten Video, das heißt gestern hier, sag ich mal, definiert haben und jetzt sehen wir hier schon die Reaktion nach oben hin heraus und jetzt stellt sich die Frage, war das bereits diese Welle 4 oder müssen wir mit nochmals tieferen Preisen hier intra unserer Welle 4 hier eben rechnen und dann in die Welle 5 hier Richtung, sag ich mal, mindestens 138 Dollar zu gehen, aber laut statistischen Gründen Richtung 170 Dollar dann eben marschieren zu können. Und das versuchen wir jetzt, sag ich mal, für euch bestmöglich hier einmal zu behandeln und jetzt erst mal, sag ich mal, kurz aufpassen, denn wir gehen primär davon aus, dass wir seit dem Top hier eine WXYXZ-Korrektur eben gesehen haben, die sehr, sehr steil ist. Wir haben auch Targets hier perfekt intra diesen Subwellen getroffen und wir sehen hier wirklich, sag ich mal, wenn man noch eins tiefer gehen würde, sieht man hier recht schöne Dreier A, B, C runter, hier ein korrektives Hochgewackel, dann hier eine A, B, C runter und hier wieder ein korrektives Hochgewackel und hier wieder eine A, B, C nach Runden. Das heißt, man sieht wirklich sehr, sehr schöne Dreierwellen und was sehr, sehr gut ist, dass dieser Hochpunkt hier quasi diese zwei Tiefpunkte hier einmal gecuttet hat. Das heißt, wir haben diese Preisbreche nach oben hin nochmal leicht überschritten, was einfach es unwahrscheinlicher macht, hier eine impulsive Wellenzählung hier vorzunehmen. Weshalb wir es primär so sehen, dass es sich hier um eine WXYXZ handelt. Und jetzt der Clou, weshalb es sehr gut möglich sein kann, dass diese Welle 4 hier in verkürzter Version drinnen ist, denn gestern haben wir gesagt, wir gehen primär davon aus, dass wir auch länger, das heißt mindestens zwei, drei, vier Tage hier oder gut auch über neuer in diese Welle 4 verweilen können, ist, dass wir hier sagen, eine WXYXZ ist in der Regel kein größerer Teil, dass man hier sagt, es ist eine W, dann kriegen wir hoch eine X, dann kriegen wir nochmal eine Y runter. Oder wir kriegen hier eine A, B, C oder eine WXFlat. Das heißt, WXYXZ sind in sich eher abgeschlossen. Was wir jetzt noch sagen könnten, denn dieser Anstieg sieht, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, auch nicht am impulsivsten aus. Dass wir hier dann, das ist jetzt noch sehr, sehr früh spekuliert, eine Art Triangle reinbekommen, nämlich eine A, B, C, D, E. Dann ist diese WXYXZ, das heißt diese Triple Six-Sack-Formation, hier definitiv legitim, dass wir die in eine Art von Triangle dann hier eben reinzählen. Wir einfach komplett seitwärts rangen, dann auch unsere Welle 4 noch etwas länger abtragen, um dann hier, sag ich mal, in unsere Welle 5 dann eben starten zu können, was auch nicht so schlecht wäre, denn dann wäre der Endpunkt unserer Welle 4 auch höher, wie er es jetzt wäre, denn dann müsste man die Welle 4 hier zum Ende des Triangles reinzählen. Das heißt hier in diesem Punkt ungefähr und dann würden sich die Targets für die 5 auch noch mal höher verschieben und die Wahrscheinlichkeiten, um unsere 170 Dollar auch wirklich anzulaufen, sind dann eben nochmals erhöht. Das heißt, wie gesagt, das mal im Hinterkopf zu behalten, da wäre es jetzt einfach noch viel zu früh. Was wir, sag ich mal, definitiv aktuell als Support sehen, ist quasi unser Retracement-Bereich. Bedeutet, dass wir sagen, ja, dieser Bereich hier unten, den sehen wir primär als Support-Bereich. Hier eben an, da wir eben primär davon ausgehen, eine WXYXZ ist in sich erst einmal abgeschlossen. Bedeutet, wenn wir hier runterkommen, das sehen wir aktuell hier als Support-Bereich an. Wichtig wird jetzt nur, dass wir hier nicht in einen Strich runterkommen, sondern dass wir hier wirklich in korrektiven Zügen auch runterkommen. Und dann kann man uns hier, sag ich mal, sehr, sehr gut, sag ich mal, 107 Dollar beispielsweise oder die 108,40 Dollar hier eben anvisieren für einen potenziellen Long-Trade, SL auf Entry schieben, sag ich mal, nachdem wir die Reaktion nach oben gesehen haben und dann auch dieses Triangle oder dieses potenzielle Triangle dann hier eben ganz bequem mit einem SL auf Entry hier eben aussitzen. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die wir hier sehen. Das heißt, sag ich mal, wenn wir hier, sag ich mal, den Move nach unten sehen und der in sich dreiteilig und in sich dreiteilig auch abgeschlossen aussieht, dass wir hier, sag ich mal, in dieser Region hier dann, sag ich mal, das Ende eben finden werden, kann man hier einen Long-Trade eben setzen, SL dann hier, sag ich mal, unter 0786 oder unter 887er und das Ganze hier dann, sag ich mal, mindestens, sag ich mal, hier über dieses Hoch hier nochmal bei den 117 Dollar dann drüber traden zu können oder sogar den direkten Breakout hier Richtung 170 Dollar im Idealfall dann mitnehmen zu können. Das heißt, zusammengefasst, wir gehen aktuell primär nicht davon aus, dass wir hier, sag ich mal, mit dem nächsten Abverkauf hier runter Richtung 99 Dollar hier marschieren werden. Sollten wir falsch liegen, greift weiterhin der übergeordnete Count, dass wir hier, sag ich mal, die 99 Dollar und die 92 Dollar weiterhin als sehr, sehr starken Support haben intra unserer Welle 4 hier in Türkis gekennzeichnet. Daran ändert sich nichts. Nur wenn wir noch eins tiefer von den Counts hier gehen, würden wir primär eben sagen, dass hier, sag ich mal, eher für die nächsten Stunden und Tage Boden hier erst einmal hinterlegt ist und dass dieses Retracement nicht so ausfallen wird, sondern eher korrektiv und wir hier in unserem grünen Support-Bereich erst mal Support finden, um dann nach oben erst mal wegzureagieren. Gut, das Ganze soll es gewesen sein. Etwas kleinteiliger heute, aber, sag ich mal, für euch dann eben auch maximal Mehrwert, auch etwas, sag ich mal, mit Wissen, sag ich mal, gespickt, was uns auch wichtig ist, dass ihr auch dabei was lernt. Und apropos, da fällt mir noch was ein, wenn ihr hier die 3000 Abonnenten mit diesem Video hier knackt, dann wird es ein, sag ich mal, Elliot-Wellen-Basic-Tutorial hier geben, das kam öfter schon in die Nachfrage, knackt ihr die 3000 Abonnenten hier mit diesem Video, wird es dieses Elliot-Wellen-Basic-Tutorial eben auch noch dieses Jahr in Kombination mit dem Alköns-Special hier für euch geben. Das weiß jetzt Nico noch nicht, aber da lege ich jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer. Sollte euer Support so krass sein, dass wir es mit diesem Video knacken, dann wird es auch das geben und das 3000 Abos-Special fällt etwas krasser aus, wie eigentlich ursprünglich geplant. Gut, damit soll das Ganze schon gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder ansonsten später im Matic-Spezial-Update und damit Trading und er ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao.